so wir ziehen hier am besten erstmal einfach alles zusammen so genau und dann krackner tower einfach einmal durchheizen jetzt sterbe ich aber wirklich gleich wieder falsche zauber genommen so falsche richtung gucken so stirbt jetzt bin ich gestorben ja genau wieder dasselbe problem ich habe mich zwischen ihm und seinen lakkeien verkeilt so was immer für einen boost ab ich gerade aufgesammelt habe es wird was gutes sein hoffentlich mehr schaden oder mehr rüstung also diese augenbosse sind echt garstig dev counter muss so wird keiner machen weil den habe ich ja hier schon mal gestorben ok das wird garantiert also ich werde nicht unter 10 bleiben können garantiert nicht wir sehen könnte es ist ganz gut dass sie ich unendlich leben eingeschalten habe dass bei einem privatspiel würde ich das wahrscheinlich nicht machen aber jetzt hier im let's play auf jeden fall so erst bei dich befreien und dann den viel wichtigeren gibt mir münzen so healing effektiv okay von fünf leben für zehn mana auf sechs für acht mal da ist doch schon mal nicht schlecht schild arg erhöhen die weise aber die schild arg ist mir gerade wichtiger so hättest du noch was interessantes nur den manapool gut damit haben wir das geklärt jetzt wollen wir mal in die andere richtung da drüben lang und zwar die große lava falle da angucken ich habe so das gefühl dort geht es zu dieser großen lava falle ja ja da drüben ist nämlich auch schon das portal so three more to go au passage spiel sehr schön so einmal hier rumwirbeln essen auch sammeln und da oben wird schon wieder geschossen so da heizen wir einmal durch mit dem spin das ist richtig geil also mit den spezialfähigkeiten haben sie echt nicht also haben sie sich echt übertroffen finde ich das macht richtig laune damit so spezialfähigkeiten durch die gegner meute durchzuhetzen so guck mal einfach mal so durch ob es das war jetzt wieder falsch ich darf nur das muss mal gucken dass ich die zauber nicht ständig durcheinander bringen so das war der letzte boss schalter und ja wie ich sagte mehr mana könnte ich jetzt wirklich auch mal vertragen man sieht mein manapool ist ziemlich weit unten so aber ja wie gesagt ich bin ein paladin ich brauche nicht so viel mana eigentlich gut ich muss eher noch die zwei schalter finden um zum teleporter zu gelangen weil die bonus räume die lasse ich mir auf keinen fall entgehen das könnt ihr knicken so da ist auf jeden fall auch noch einer nein 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 feuer 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 ok das heißt hier schon mal nicht so du bist allein also töd ich dich einfach mal da ist auf jeden fall ein schalter nur noch ein einziger und ich weiß noch wo der ist aber ich weiß nicht wie ich an ihn rankomme so weg mit euch erst mal ah ich weiß wie ich an ihn rankomme gut dann erledigen wir das zuerst über irgendetwas anderes machen ich habe es nämlich gesehen also dieses mal hat mich mein auge nicht im stich gelassen aber alle anderen augen so und so genau beute 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 wendormünze sequence completed a secret ok wir haben was freigeschalten und ich glaube mit diesem etwas schalten wir dann den teleporter noch frei so wie es auch in akt 1 war so aber erstmal hier alles einsacken und hier runter hm jetzt ist die frage ah ja dort haben wir was geöffnet ok was ist das hier jetzt erst einmal die schleime loswerden wow gut du sagst auf das x x und dings x und dings ach simon sagt und da x y x 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 y x x x x X, Y, Kreis, X, Z, Y. Sequence Complete. Teleporter. Hallo. Bonusakt. Wie immer Geld und wie immer Skelette. Also ja, der Bonusakt ist einfach nur Metzling for Fun. Wie man es ja kennt. Jedemeges Skelette. Ja. So macht das Spaß. Genau. Einfach mal so durch die Dinger hier durchheizen. Und alle Skelette, die uns hinterher kommen, die werden getötet. Was bist du für eine Taste? One Up. Okay. Sie sind kreativer geworden. Sie haben Teleporter eingebaut. So. Okay. Wir haben Schlüssel, die wir gar nicht bräuchten eigentlich. Aber benutzen wir ihn trotzdem mal. So, hier sind noch ein paar Skelette hinter uns her. Und da kommt schon die nächste Kompanie. Hallo. Doin, 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 doin. Ja, man merkt, ich habe Spaß. So, okay, geht, 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 geht. Exit. Nö, ins Exit wollen wir noch nicht. Aber wir können uns schon mal merken, dass da das Exit ist. werden wir hier weiter durchheizen mit dem spin geld ein sammeln so viel zu viel lebenssachen die wir eigentlich gar nicht brauchen okay gucken wir auf der anderen seite weiter die dinger sind ja hier zum lück sehr überschaubar so einmal hier durchheizen wo sie haben sie haben sogar mal geschafft sich zu treffen eine heilflasche sehr gut feeling portion ist immer gut so da ich die schlüssel über habe benutze ich sie hier auch mal weil ich weiß gar nicht ob ich die von der bonus ebene überhaupt mitnehmen darf 10 2 als bronze schlüssel das kann ja sein dass das ganze resettet wird so ich habe das ganze geld hier eingesackt war viel ausbeute war es nicht gerade aber hey es dürfte vielleicht reichen um meine rüstung abzubringen oder den mana zu erhöhen dafür reicht es auf jeden fall so deswegen sind wir an einem ort gelandet der mir schon mal hoffnungen macht secret passage ja dieser ort macht mir sehr viel hoffnung weil erstmal ist hier unsere strange plank und zum anderen ist hier unser secret hinter dem wir die ganze zeit schon her waren level up ein großer kristall armor upgrade ich würde würde eigentlich gerne mal meine stats irgendwo sehen können aber kann ich leider nicht also ich kann mir nur statistiken anzeigen lassen wie viele gegner ich schon getötet habe und so okay hier ist schon mal eine sequenz bomben noch mehr bomben und ich habe keine ahnung wozu höll ich gelandet bin ja außerdem das sieg mit dem wir so das war schon mal falsch das war auch falsch so wollte ich eigentlich gar nicht so falsch und so 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 und so secret passage has been revealed okay ist schon mal gut, dass wir erst mal hier lang gegangen sind und die können wir jetzt fast gar nichts mehr anhaben so einmal hier durchheizen Da drüben sind Mana-Punkte, also kann ich mir das gerade leisten. Und hier hat sogar ein Gegner-Mana gedroppt. Und ja, ich zerdeppere immer noch alles, weil ich will das Geld so drin haben. Ich habe aber echt keine Ahnung, wo ich gelandet bin. Könnte weiß Gott wo sein. Ich werde aber erstmal da runter gehen. Auf jeden Fall dann keinem letzten Ort. Ach, jetzt sehe ich, wo ich die Sequenz aktiviert habe. Dort gibt es nämlich noch ein Level Up. Also was heißt, ich sage immer Level Up. Five Up sogar. Ja, also selbst ohne Infinite Life hätte ich jetzt einen Haufen Leben wahrscheinlich. So, hier mal alles clearen. Und da wäre wieder mal ein Waffenhändler. Den Combo-Händler brauche ich nicht. Weil, ich habe ja gerade eine Potion, aber die Vendormünze, die vor ihm rum lag, die konnte ich gut gebrauchen. Und wieder ein Boss. Charge Damage könnte ich bei dir erhöhen, will ich jedoch nicht so wirklich. Kombo-Händler. Kombo-Nova. Kombo-Timer. Kombo-Nova. Kombo-Timer. Nee. Habe ich auch nicht so wirklich den Drang dazu, den Kombo-Timer zu erhöhen. Ich gehe erstmal da oben lang. Ich habe nämlich das Gefühl, ich bin so im oberen Gebiet jetzt angekommen. So. So. So, hier einmal durchheizen, den Spawner und den Magier kaputt machen. Oh, und da drüben ist wieder eine dicke Schatzkammer. Bronze-Schlüssel. Und ich habe immer noch nicht das alte Gebiet wiedergefunden. Ich sage mal. So, Spawner weg. Gegner weg. Magier weg. Geld. So. Den Spawner weg. Die Gegner weg. A Passage has been revealed. Ja. Warum nicht? Aber hoffentlich nicht da hinten irgendwo. So. So. Wow. Hier sollte ich nicht stehen bleiben. Das ist keine gute Idee. Sondern einfach hier hin. Das Ding töten. So. 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 Und die Kisten, die es bewacht hat, plündern. Boom. Und alles andere was. So. Sind wir wieder hier. Wow. Die Dinger sind ein bisschen zu fit, als dass ich sie einfach so... Ich glaube, hier ist die Secret Passage gewesen, die revealed wurde. So. Erst einmal jede Menge Geld. Dann ein goldener Schlüssel und ein Boss. Na komm. Stirb einfach. So. Mehr Vitality. Und ein Goldschlüssel, an den ich nicht rankomme. Hm. Hier sieht nichts zerstörbar aus. Da muss ich nämlich immer an der unteren... Ähm. Ja. An der Sockelleiste vor den Bücherregalen gucken. Äh. Goldschlüssel. Wie kommt man an diesen Goldschlüssel? Okay. Jetzt haben wir zwei Sachen geportet. So. Hier einmal durch. Das macht wirklich Spaß mit dem Spin. Auch wenn der verdammt viel Mana verbraucht. Und hey, wir sind wieder in unserem alten Gebiet angekommen. So. Sehr schön. Gut. Dann können wir ja jetzt mal auf der Seite nach oben angucken. Oder erstmal zu unserem Rüstungshändler zurück. Das würde ich eher vorschlagen. Ja. 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 Ja.